Israel heute vom 7. Oktober 2020. Der Kapitän des sinkenden Schiffes Blau-Weiß könnte noch Premierminister werden. Wer wird nächster Premierminister Israels? Es sieht immer mehr danach aus, dass die einst vielversprechende Einheitsregierung untergegangen ist. Von Zvi Sadam Die Abgeordnete Miki Haimovic von der Blau-Weiß-Partei wurde zweimal auf einer Anti-Bibi-Demonstration gesehen. Ob sie es selbst versteht oder nicht, als Koalitionsmitglied demonstriert Haimovic tatsächlich gegen sich selbst. Diese Anomalie einer Opposition innerhalb der Koalition ist auch bei anderen Blau-Weißen Abgeordneten und Ministern zu beobachten, die Israelis zur Teilnahme an den Anti-Bibi-Demonstrationen ermutigen. Absurd. Blau-Weiß, die bei der letzten Wahl 33 Sitze im Gegensatz zu Likud 36 gewonnen haben, begannen mit dem glänzenden Versprechen, die Rechte zu stürzen. Dieser Mitte-Links-Politik-Block, der aus Jesch Atit unter der Leitung von Yair Lapid, Telem unter der Leitung von Moshe-Bogi-Jalon und Resilience for Israel unter der Leitung von Benny Gantz bestand, war nur einen Schritt davon entfernt, eine Koalition zu bilden, die gerade groß genug war, um eine Regierung zu bilden. Dieser vielversprechende Block mit seinen drei glanzvollen ehemaligen Stabschefs Gantz, Ashkenazi und Jalon sowie einer Schar politischer Neulinge war jedoch in einem Dilemma gefangen. Die einzige Möglichkeit für Blau und Weiß, sich eine Mehrheit zu sichern, bestand darin, eine Koalition mit der antizionistischen Vereinigten Arabischen Liste zu bilden. Aber das war ein zu großer Knochen, als das Gantz ihn schlucken konnte. Die Kontroverse zwischen Gantz, die die Option der Arabischen Liste ablehnte und Lapid und Yair Alon, die sich, wenn auch widerwillig, mit anti-israelischen, israelischen Arabern zusammenschließen wollte, führte zum Zusammenbruch des Blocks und damit auch der Chance, Netanyahu und die Likud-Partei zu ersetzen. Beim Versuch, das Wenige, was von Blau-Weiß übrig geblieben war, zu retten, nutzte Gantz das unentschlossene Wahlergebnis und die Corona-Krise, die Netanyahu zwang, sich für eine Einheitsregierung zu entscheiden und konnte eine anormale, gleichberechtigte Regierung errichten, in der Blau-Weiß zwar inzwischen auf 14 Sitze geschrumpft ist, aber immer noch die gleiche Anzahl von Ministern, Ausschussvorsitzenden und so weiter, wie der Likud hat. Keine Parität in der Politik. Aber diese Option, die von beiden Parteien als Wählerwillen verkauft wurde, wurde von vielen der Blau-Weißen Wähler als unverfälschter Verrat angesehen, die den Gedanken nicht ertragen konnten, dass Gantz sich mit ihrem verachteten und gehassten Netanyahu zusammentun würde. Eine Zeit lang hielt sich dieser Groll in Grenzen, aber mit den anhaltenden Anti-Bibi-Demonstrationen und dem offensichtlichen Scheitern in der Corona-Krise begann die Linksfraktion der Blau-Weißen, dem Druck ihrer Anhänger zu erliegen, von denen viele regelmäßig an den Anti-Bibi-Demonstrationen teilnehmen, die sich nun auch auf Demonstrationen gegen Gantz und Aschkenazi ausgeweitet haben. Der Regierungsbeitritt von Blau-Weiß, das Versagen der Einheitsregierung, die Corona-Krise besser zu bewältigen, sowie die Unterstützung, die die Minister und Knesset-Abgeordneten von Blau-Weiß für die Anti-Bibi-Demonstrationen zeigen, haben zu dem geführt, was Umfragen jetzt zeigen, nämlich dass, wenn heute Wahlen stattfinden würden, Gantz Resilience for Israel auf nur acht Sitze sinken würde. Solche Umfragen, die zeigen, dass Blau-Weiß auf die Hälfte ihrer Größe reduziert ist, werfen die Frage nach der Legitimität einer gleichberechtigten Regierung auf, die in den Augen der rechten Wählerschaft von Anfang an als problematisch angesehen wurde. Deshalb sagen die Likud-Mitglieder jetzt, dass es bei so vielen Wählern, die vor ganz Partei fliehen, keine Chance gibt, dass er Israels nächster Ministerpräsident wird. Ein sinkendes Schiff? Aber diejenigen, die die Krise von Blau-Weiß eskalieren, kommen aus den eigenen Reihen der Partei. Tourismusminister Asaf Samir ist der erste, der das Schiff verlässt. Als Vertreter der Linksfraktion vom Blau-Weiß trat Samir am vergangenen Freitag zurück. Als Grund für seinen Rücktritt nannte er, dass Netanyahu seine persönlichen Angelegenheiten vor Israel gestellt habe. Dies ist die Ausrede, mit der Netanyahus Kritiker ihre Forderungen an den Generalstaatsanwalt begründen, ihn für regierungsunfähig zu erklären, was gesetzlich seinen Rücktritt bewirken würde. Miki Haimovic, eine ehemalige Nachrichtensprecherin im Fernsehen, erwägt nun den Austritt aus der Partei. In den letzten Tagen, sagt sie an diesem Sonntag im öffentlichen Radio Kahn, gab es eine wachsende Gruppe in Blau-Weiß, die definitiv über die Möglichkeit nachdenkt, die Partei sogar aufzulösen. Wenn das geschehen sollte, könnte Israel zu einer weiteren Wahl gezwungen werden, die ganz bestreben, jemals Premierminister zu werden, sicherlich beenden wird. Eine Wahl kann aber auch Netanyahus Ende bedeuten. Man kann ein Szenario absehen, in dem der Generalstaatsanwalt die Wahl als Vorwand benutzt, um Netanyahu für regierungsunfähig zu erklären. Dies könnte möglicherweise die Wut ablenken, die mit Sicherheit von Netanyahus Anhängern kommen wird, wenn ein gewählter Premierminister gegen den Willen der Mehrheit abgesetzt wird. Ironischerweise ist es diese Verstrickung zweier Premierminister, die sich nicht sicher sind, ob einer von ihnen seine Amtszeit beenden wird, die diese bröckelnde Regierung gegen alle Widerstände zusammenhalten kann.